So Leute, wir sind unterwegs in Aschersleben und machen uns jetzt auf den Weg zur Party, wo wir heute auflegen. Danke euch haben wir bei dem Gewinnspiel gewonnen. Nochmal großes Dankeschön an der Stelle. Ja, und da werden wir heute schön auflegen. Hallo Leute, danke für die über 100, unterstützen uns, Freunde, Mike, was und ich. Gott, wie das aussieht. Der Max ist wieder, unser Manager ist wieder mit am Start heute. Gar nicht. Das ist kein Wort. Nee? Was? Ja, das war mein eigenes Uwe. Wie weit haben wir es denn noch? Wo laufen wir jetzt hin? Ist nicht weit. Ist nicht weit. The Hood. Meine Freunde. Was wird denn das jetzt? Fahr mal einfach. Ich muss laufen. Ich glaube, du legst dich richtig aufs Maul. Wir sind gleich da. Warte, warte, warte. 21.25 Uhr. Oh ja, man sieht richtig viel. Genau Leute. Wir sind auf jeden Fall gleich da. Sehr gespannt. Also wir werden heute das Warm-Up spielen. Auf jeden Fall. von 22 bis 23 Uhr. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Wir nehmen euch natürlich wieder mit. Schauen wir mal, wie die Leute abgehen. Und was es noch so wird. Also bis gleich. Und dann aus. So. Und... auch so hopen, wie ihr ja. Wir nehmen euch mal ganz in. Und dann gehen wir mal ganz in. Und dann gucken wir mal ganz in. Hey, what's up? It's been a while Talking about it's not my style Thought I'd see what's up while I'm lighting up It's cold-hearted, cold-hearted Know it's late, but I'm so wild Saw your face and got inspired Guess you let it go, now you're good to go It's cold-hearted, cold-hearted Oh, oh, it's probably gonna sound wrong Promise it won't last long Oh, oh, if we could never go back Thought you'd like to know that I'm works I'mceğin I'm hai, hi, 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 hi... But, you know, could never go back In the future of hoch-hearted, as I said, ityados I'm ready to go back Clear for everything's gettested but I'm not eating Outro So Leute Auftritt ist Fertig Wir haben es geschafft Mission Impossible Es war sehr nice Das muss man sagen Jetzt gehts schnell mal ein Auto weg schaffen Und dann auf der Lukas oben Liegt ja alles Auf einer Strecke quasi Dann wird nochmal kurz hingeroben Dann wird Zwei Getränke Bist du eigentlich behindert? Das war keine Frage Dann wird die Konkurrenz auch mal gefeiert Die Konkurrenz ist auch gefeiert Ob du mal ruhig bist jetzt Ist egal Leute Cool dass ihr wieder dabei wart Wie gesagt nächste Woche gehts dann weiter Freitag Wieder an Hoyerswerder in der Heimat Starne Leute Bleibt hochmotiviert Wir steigen jetzt aus Und wir sehen uns Das letzte Mal Leute Ich hab mich gerade verabschiedet Okay Dann sagt jetzt Tschüss Micha macht das immer in so kühlen Situationen Ja ihr labert die ganze Zeit irgendeine Scheiße Du legst's auf Du legst's auf Okay Okay ich leg auf Bist du Tick 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017